Ich glaube, dass Bremen und Bremerhaven ein ganz großes Potenzial in noch unerforschten, unentwickelten Räumen haben. Räume und Flächen sind ja nicht wirklich ein Problem hier oder der Mangel an Flächen ist kein Problem. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade diese Flächen, die die jungen Kreativen interessieren, dass wir die finden sollten, aber nicht groß entwickeln sollten, sondern zur Verfügung stellen. Denn gerade in Hafenarealen, in Industriebrachen gibt es spannende Orte, die kreativ genutzt werden könnten und die zur Entwicklung unserer Städte gut beitragen könnten.